hallo freunde wie geht es euch herzlich willkommen zu einer weiten runde von cs und da habe ich den ersten gegner gekillt oh mein gott black hat die terroinheit gewinnt das war einer von uns aber egal eigentlich ein schönes messer finde ich ne also ich würde mir eigentlich auch wenn ich so eins finde würde ich mir auch sowas kaufen ich bin schon wieder jetzt muss ich hier rechts vom sportwagen durch rennen wieder in die bank stürmen hier mit einem fenomenal geilen sprung hier nach oben da war es sogar einer oben da hat er mich sogar hat er mich gekillt der rüsten gewinnen da sind alle aus meinem team gestorben oh das ist äh nicht so geil aber 2 zu 1 ist nicht schlecht nicht gut die wir sind die 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 Hier die Wand gestürmt noch, aber... Ah, hier, wenn wir die noch bringen sollen. Den ganzen schönen Geldschein. Aber ich hasse diese Waffe, ich hasse meine Waffe. Hier ist natürlich jetzt nicht viel besser, aber... So, jetzt beziehen wir hier mal Stellung. Vorhüten, vorhüten! Ich komm nicht rein! Nein! Ich hatte nur noch einen Schuss, damit hätte ich nicht viel machen können. Das wollte ich gerade nachladen, aber... Die Zeit hat er mir nicht mehr gegeben. Und... Ich wollte gerade noch wechseln zu ihm, aber... Zu spät. Ist er gestorben. Ah, die Terrain hat gewinnt. Aber jetzt habe ich die... Die Deathsat Eagle. Die Deathsat Eagle ist so richtig blöd. Ich muss jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, wie soll ich jetzt damit versuchen, einen Kill zu machen. Ich meine... Ich kann mit der Knarre nicht umgehen. Geilo! Ich konnte nicht mit der Waffe umgehen, aber ich habe es trotzdem... Geschafft, einen Kill zu machen. Tja, da bin ich tot. Aber ich habe ihn noch, glaube ich, noch getroffen, oder? Nein, ich habe ihn noch getroffen. Aber jetzt habe ich auch die Schrotflinte. Und jetzt habe ich auch die Schrotflinte. Ich bin, glaube ich, sogar relativ weit in diesem Team. Okay, auch geht. Oh, danke. Da geht's noch. 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 Ähm, geil. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Hä? Wo war der jetzt? Da wurde ja auch niemand gekillt, ne? Okay, gut. Mehr Schrotflinte. Wir stürmen jetzt mal frontal rein, ne? Wir rennen einfach komplett von vorne durch. Was? Wir haben mich nicht erlegt. Wir haben doch... Wir haben noch einen Held. Wir haben noch einen Held. Und er hat noch 350. Und war kein Heldschutz. Aber ich glaube, die Antiterror-Einheiten liegen ziemlich gut auf. Wir haben noch einen Heldschutz. Oh, das ist eine geile Knarre, die er da hat. Und schon ist er. Das ist der Typ mit der Bombe. Und das ist der... Ähm, Typ, der, äh... Von unserem Team noch da ist. Was anfangen hat die Antiterror-Einheit jetzt gewonnen? Da war doch noch ein anderer da. Nein, war nicht da. Die Bombe wurden nicht geplantet. Und es waren noch zwei sogar aus unserem Team da. Lauf, Mann! Lauf! Post! Lauf! Lauf! Oh, oh, oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Den will ich nicht messern! Den will ich nicht messern! Yes, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin tot! Ja! Aber komm, mit der schrüffelndes auf große Entfernung... Ah! Aber ich hab mir ein bisschen Schaden gemacht, ne? Ich hab mir ein bisschen Schaden gemacht. Und er hatte den letzten Schuss noch abgemacht. Das war so ein Kopfschuss. Und zwar hat natürlich geplant, dass ich ihn abdenke. So dass mein Team-Mate das heißen kann. So dass mein Team-Mate das heißen kann. 5.7. Die kenn ich auch nicht, die Knabe. Ist sie so schnell-feuermäßen hier? Ist sie so schnell-feuermäßen hier? Ich weiß nicht, wie er benutzt hat. Ich weiß nicht, wie er benutzt hat. Und sogar von mir! Ich weiß nicht, wie er ist. 9 Kills, 6 Tote. Gut, der erste ist noch wesentlich besser als ich gewesen. 11 Kills, 5 Tote. 3 Assists sogar noch. Ich hab noch 1 Assist. Ach, gewechselt jetzt? Oh Mann ey! Ich hab ja die Bombe. Oh Mann! Wie konnte ich ihn nicht killen? Wie konnte er denn nicht sterben? Ich mein, guck, der hat ihn eingekillt, oder? Ich wusste, dass er da ist. Ich konnte der nicht sterben, Mann. Oh, der lebt ja immer noch? Der lebt ja noch nicht ernsthaft immer noch. Was macht ihr? Die Bombe wurde in die Chiristen gewinnt. Okay. Aber jetzt mal im Ernst, ich konnte der nicht sterben. So oft wie ich auf ihn grau geballert habe. So. Also ich geh jetzt den Blick hier eigentlich bloß, weil das der Weg ist, den ich eher kenne. So. 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 Okay. So. So. So.